Moin moin und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Trouble in Terrorist Town mit den üblichen Verdächtigen, nämlich Kazumila Hallo Der Chris Gold Moin moin Atromix Moinsen Unser Carpoto Sascha Moinsen MC Ninja Servus Scadigan Moin moin Und der gute Stevie Sascha Der hoffentlich noch nicht tot ist ausnahmsweise Let's platsch ein Sascha Warte Nichts passiert Stascha schießt, nichts passiert Die Runde ist freigegeben, ich wünsche euch viel Spaß Für die Zuschauer, wir befinden uns noch in der ersten Woche des Pokémon Go Launches Da besteht noch ein bisschen der Hype Wo ist er aber mehr down ist als Chris Chris Wo ist er aber mehr down ist als Chris Wo ist er aber mehr down ist als Chris Wo ist er denn da ist, ne Ja gut Bist du auf down Chris hat mal wieder Langeweile Das ist der Fall Oh Oh Ich bin fast Ich bin fast Ich bin fast Aber wir Du schubst mich runter Nein, scheiße ich hab Wer war denn das? Jemand ist in Traitor rum reingegangen Alter Ich hab nur 20 AP Das war Teddy Da war jemand Stevie und so wieder belesen Äh, beziehungsweise Ich hab ihn auch belesen Warte, wer ist da rausgekommen Wer ist? Wer hast du noch? Ich dachte, ihr standet weit genug weg, schade Ach, 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 kriegt Was? Dann hab ich den meisten Schaden abgekriegt Ja, ich war, ich stand die ganze Zeit hinter dir, Teddy Haha Ich hab deine Tat gesehen, ne Ey, wenn die töten wollen, hätt ich's gemacht Alter Oh fuck Oh fuck Äh, Stevie ist gerade umgefallen Ja Ach Ach, auf fabulöse Art ist er runtergefallen, Sascha Umgefallen Umgefallen Ja, er liegt dahinten beim Heliport Ja, kommt, filmt irgendjemand? Ich bin auf der anderen Seite der Map Auf der anderen Seite der Map Irgendwas Auf fabulöse Art wiederum Die Map lag, was ist los hier? Durch was ist er gestorben? Alter Ein Shotgun-Schuss, da ist da so ne Nähe, okay Gut, ich hab gar nicht Dann muss es fast Chris gewesen sein, glaube ich Ich hab nur ne Rifle Chris, lebst du noch? Leider Chris töten Der könnte aus dem Traitorome rausgekommen sein, theoretisch Traitorome Ach, warum bist du denn so gut wie tot? Hä? Weil ich vom Haus gefallen bin Das ist plausibel, ja Auf dem Turm bin ich Was hast du für ne Mainwaffe? Auf dem Turm da oben Was hast du für ne Mainwaffe? Die Rifle da Nicht wirklich, das ist ja aufgenommen Hast du zufällig eine Shotgun? Ich hab die Shotgun gerade hier aufgenommen Weil ich Chris eigentlich getötet habe Und weil ich suche ihn Okay, Chris hat Deadring in dem Fall Also dürfen wir Chris töten Oder er ist runtergefallen Lebt Oder er ist runtergefallen, ja Stimmt, er liegt da unten Geh, geh Geh, geh Chris, geh Ich habe so das Gefühl, meine Runde ist grad ein bisschen langweilig Ich bewege mich mal wieder ein wenig Siehst du ihn ja? Kann ich nur Pokémon ausspielen, ja Ja Pokémon Aaaaah Wo bist du? doch eine Leiter. Was? Da ist doch jetzt eine Leiter an der Wand. Was? Direkt von deiner Nase siehst du doch eine Leiter da. Niemals. Wow. Verwahr ihre Existenz an der Leiter. Wie komm ich denn hier eigentlich? Ach, hier komm ich runter. Oh Gott, ich steh direkt in dem Fass. Alter. Auf mich wurde geschossen. Nein. Oh doch. Nein. Ganz bestimmt nicht. Irgendwo in einem hohen Haus da, wo auch... Oh, ich will dir nicht schocken. Wo vielleicht draufsteht. Ja, ich hab ja gerade ein Fass kaputt gemacht und gerade ist das... Ja, aus der Richtung wurde ich beschossen. Ja, ich hab ja gerade ein Fass kaputt. Aber vielleicht kann ich glaube ich nicht auf dich geschossen haben. Ach, schlippen an, da kommt was auf Stevie ist. Ich hab in eine andere Richtung geguckt. Warte, Steve, auf wen schießt du? Stevie! Ach so, bis auf den einzelnen Turm oder was? Ich bin auf diesem Wasserturm. Ach so. Hä? Ach da oben, oh Gott. Sascha kam gerade aus Richtung Traitor-Raum aus. Was? Wo ist ein Traitor-Raum? Ich kenn diese Map noch nicht sonderlich gut, aber ich bin da unten den Weg längs gelaufen und bin dann hier rum. Wow, beste Beschreibung ever überhaupt. Neben dem West, ne? Beschreibung ever überhaupt. Okay. Ach, komm schon. Es ist Sonntagabend. Ich bin fertig mit der Welt. Warum komm ich hier nicht hoch? Der wäre Montag, geil. Eigentlich solltest du Sonntagabend ausgeruht und fit sein für die Woche, Sascha. Ich weiß nicht. Alter, ich war heute Nacht um drei im Bett und um neun hat mal das Telefon bei mir geklingelt. Doch heute Nacht bin ich vorbei. Warum? Na, wenn ich einmal wach bin, bin ich wach. Dann kann ich nicht so schnell wieder einen trennen. Nee, warum musst du davon ins Bett? Ach so. Hallo, Flüge. Ich glaub, ich leb jetzt schon länger als in der Folge vorher. Wett mir nicht irgendwie. Da hinten ist noch Tally, okay. Naja. Oh Gott, oh Gott, Flike, was willst du hier? Flike, nein, aus. Nein, nein, ich will da nicht hoch, Alter. Wo machst du die arme, äh, versuchst du das arme Brett? Äh, hat Kasimila Atomix geheilt? Ja. Ja. Oh. Warum? Was macht ihr? Weil wer hat doch gerade die Treppen kaputt. Ja, ist Stevie. Stevie, Stevie, warum machst du denn die Übergänge kaputt hier? Ich möchte, dass wir gefangen sind, Teddy? Ich hab die Fenster kaputt gemacht rein. Da ist wem langweilig. Ja, ist nie los. Und da. Hallöchen. Ja, ist klar. Du brauchst ja immer noch auf die Sekretärsache, um das zu schubsen. Ne, ne. Hey, Oma. Ja, okay. Jetzt hab ich dir das drin. Also, Atomix war's wahrscheinlich. Oh, fuck, ey. Das ist einfach schwach. Linja war's. Der hat mich gerade mit dem Baby geworfen. Aber ich hab ihn nicht mehr getroffen. Ja, ich hab das flogen, meine Maus ist so bestimmt. Alter. Ja, da hab ich eine der solche Ego. Bin ich hier denn? Die Fässer sind nicht kaputt. Oh, die haben wir da lang. Oh, die Fässer gehen nicht kaputt. Oh, Titel. Öde. 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 Oh, Teddy. Oh, Teddy. Geh weg, Teddy. Oh my god. Geh. Geh. Ich hab ne Waffe. Nein, Teddy, Teddy. Lebst du noch? Nein. Man hört nur. Nein. Lebst du noch? Garantiert. Das sowieso. Das war nur so ein Spaß-Joke oder so. Autsch. Was ist das da? Mac Ninja? Nein! Haha, da hat jemand drunter gefallen. Heute ist also der Tag des Fallens. Auf jeden Fall. Was sind denn hier die Leichen? Das ist einfach nur. Okay, hier ist Blut. Oh. Gott, ich steh direkt neben dem Fass. Ganz schlecht. Geh dir erstmal halbwegs falsche Hand. Ja, natürlich kriegst du halbwegs falsche. Ich hab nur 16 HP. Und! Das war ne schnelle Runde. Danke für die nächste Runde, Teddy. Also, danke, danke Teddy. Wollte ich mal alles machen. Was ist denn da? Ja! Ja! Da hat er den Heliadon. Ey, das war keine Art Züge. Ich dachte, die fliegt runter. Aua. Dreck, ey. Ich will, ich will, ich will. Oh. Hahaha! Ich will, ich will auch klauen. Mann, du. Ah, jetzt bin ich wieder hier. Daute, äh, daute. Dete klaut man nix. So rund. Daute klaut man nix. Daute klebt man nix. Daute klebt man nix. Echt? Die Hobbit-Kazumila ist direkt runtergefallen. Kann das sein? Kann sein, ja. Gigi. Fängt ja schon mal gut an. Huch, da ist das hier ein Teddy. Da ist ja überhaupt nicht drauf geachtet. Hm, das ist einfach nicht hier ne Treppe. Ne Treppe! Meine Fresse! Ne Treppe! Ah, jetzt, ja. Eine Treppe. Ne, wollen wir mal die Disco, lassen wir mal so reingeschmeißen. Wir fahren da mehr runter. Ich nehm lieber ne Incendary, die macht mehr Schaden. Hier ist ne Bombe! Was? Ne Bombe? Ne Bombe! Also nicht an der Hauswand. Ne Bombe? Wo ist sie? Ich will keine M16 machen. Stevie, wo bist du denn? Ich bin irgendwo. Ja, schön, dass du uns erzählst, wo die Bombe ist. Irgendwo. Ja, da an dem Haus! Hier beim Heliport, oder was? Ja, genau. Ja, genau. An der Leiter der... Ach, dat Ding! Wollt ihr mal da, oder was? Ja, weiß ich nicht. Das sieht ja nicht nach nem normalen C4 aus. Ne, nicht unbedingt. Ich hab... Warte mal, ist hier jemand bei mir in der Nähe? Nein, da mach ich das fast hier kaputt. Ich will hier nicht runterfallen machen. Was ich das da auch noch? Hat da noch jemand nen Abgang gemacht, oder was? Wir lieben es alle nen Abgang zu machen, so wie es aussieht. Da ist was explodiert. Da hat's Boom gemacht. 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 Da ist noch nen Pass. Warum liegt einer tot unter dir, Teddy? Wird's? Ne! Wird hier oben nicht gestoßen. Oder? Oder hab ich das falsch gesehen? Ja, das kommt überhaupt. Ne, da ist es. Wofür kann ich sagen? Hä? Da lebt denn eigentlich alles noch? Ey, da kommen so komische Drohnen. So komische Drohnen? Ah, sie töten mich! Wow, Teddy wurde gemacht. Sie töten mich! Da kommen so komische Drohnen. Ernsthaft? Hier, bestütz mich! Was hast du an der Drohnen? Hey! Ich bin alleine vom Tuch. Autsch, ist so still. Lebt eigentlich noch irgendwer? Wow. Ja, ich kliere noch. Dann ist es schon gut. Ich geh mal raus, was du da bist. Aua! 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 Warum schießt du auf mich? Weil irgendjemand aus deiner Richtung auf mich gestoßen hat. Ja, und da muss ich das sein, oder was? Ich hab auch von irgendjemand aus der einzige Mensch der hier ist. Ich hab nur 25 HP, ich weiß nicht wer auf mich geschießt. Wow. Der liegt übrigens auch warm. Als ihr das mal wissen wolltet. Ach der Flag, der ist tot. Ja, der ist tot. Obwohl doch, das wurde angesagt, dass der umgeschossen wurde. So, heik röst. Na komm, wo ist hier die scheiß Treppenaufgang? Das war mir so klar, ne? Was? Von wo auch immer der ich beschossen werde. Na, hinter mir. Sascha? Hm? Kriegst du's hin? Was krieg ich hin? Du tappen, dann weißt du's. Ach so. Ich hatte mich grad so ein bisschen gewundert und es hat plötzlich neben mir stammt, aber... Oh nein, ich krieg's nicht hin. Doch krieg ich hin. Ah, keine Muni mehr. Ich hatte nur noch 25 HP. Das war ich hart. Wer hat mich denn noch 25 HP runtergeschossen? Aber ich dachte, du wärst Sascha. Ja, das war das nicht. Loll, und den grad standst du direkt vor mir und schießt nicht auf mich? Er hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Er hat die ganze Zeit auf mich geschossen. Und dann kam Dings angerannt und ich schieße auf ihn und er sagt, ich war das nicht. Nein, ich hab tatsächlich auch dreimal auf dich geschossen und ich auch nicht getroffen. Hätte ich gesehen, dass du bei mir oben bist, Sascha, hätte ich dich wahrscheinlich umgenutzt. Für ein Klemmer gewesen. Meine Waffe. Ja, du warst so fucking verdächtig die ganze Zeit. Und dann stehst du da plötzlich da. So fucking verdächtig? Nein. Ich hab noch nicht viel gemacht gehabt in der Runde. Och, ich guck mich jetzt erstmal dreimal um, bevor ich dieses fast kaputt schieße, Mama. Das mag ich aber auch nicht als Grund. Das sagst du nie. Natürlich, ich mag das nicht als Grund, aber ich wär vorsichtig gewesen. Wow. Ja, aber bei Fässern bin ich eigentlich echt immer vorsichtig. Ja, du sagst das normalerweise nicht an. Oh, schon. Nee. Ach komm. Ach komm, hört jetzt fest auf. Also hier kann man richtig leicht runterfallen. Ach. Dass dir das jetzt erst auffällt. Ja, ich bin letzte Runde runtergekommen. Das ist so ein typisch nett dafür, aber ok. Und fest da unten? die 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 hier ist noch ein ja ich hab's gesehen ich hab's gesehen war da jemand? nein ich hab das von der erhöhten Position gesehen ja dann ist das ja hier Autsch von der erhöhten Position jemand hat das Mädchen gesehen von der der Flike was geht? hallo hallo schrotzen willst du mir aber schön lassen ne? willst du nicht einfach wegschmeißen hallo nein 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 warte warte ich hab noch keine Dinge nein ich hab sie nicht bekommen du Hund ich weiß nicht ich hab noch eine Dinge Sascha du musst sie mir nur nehmen komm oh mein Gott oh mein Gott Sascha ist es wirklich weg hier scheiße oh Sascha ist es so nein komm ich hab doch nötig hat die Web eigentlich schon jeder gespielt von euch ja oh einmal bisher nicht schon wieder nein nicht schon wieder der Fahrstuhl ne lass mal auf jeden Fall jetzt alle Fahrstuhl oh der Fahrstuhl ist doch spaßig alle ich kenn den ich glaub ich hab ihn auch schon in der Aufnahme mal gezeigt ich hab ihn mal in einer Let's Play Folge gesehen das hat gereicht oh mein Gott weißt du es da gerade voll rein zu gehen aber ich will ja rein ouch I don't like this hast du gegessen jaja okay Sascha hat mich ja runter geschossen war wieder so klar also warum er mich schon wieder umbringen wollte ja Sascha kann es auch noch problem warum schießt du auf mich äh Astro ist es du schießt mit du schießt mit Arthros Arthromix heißt er noch Arctos 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 Potabaluga ja ist er tot ja er ist tot ja er ist tot Aber ich weiß nicht von wem er erschossen wurde ja er hat auf jeden Fall aufm Trailer geschossen glaube ich OOOOOOO Perdina und own Falca ist noch so wir sind jetzt an als so O municipal wir sind jetzt an als so Cuid nach Ting Airtol omg 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 imød spiders oh. oh masters wo seid ihr eigentlich doch hauch los hey Chris Bibi? Was? Ach, geh da ja weg und... Wie gehst du doch mal weg? Warum hast du Sascha eigentlich nicht gekonnt? Warte, weil ich da noch nicht dran war. Aber weil das der Millen da unten unten. Äh, vielleicht hat den Satz mal drin beendet. Warum hast du Sascha noch nicht gekonnt? Wo? Wo denn? Nein. Boah, schade. Aber wenn du gleich den Satz so beendet hast, warum hast du Sascha noch nicht gekonnt? Vielleicht hast du mich weggeschossen? Nein. Wer hat mich weggeschossen? Ich war die ganze Zeit runter, ey. Boah, Katsu hat Katsu. Ich glaub, die mehr Bissung für dich kann das sein. Ach, du hast mich also erwischt, ja. Verdammt. Wurde die ganze Zeit von Katsu angeschossen und plötzlich stehst du hinter mir und schießt dich jetzt mit dem komischen Hook an. Ne, Atromax, ich hab dich mit der Poisoned AWP angeschlossen gehabt. Achso. Ähm, du warst schon Sascha, oder? Ja. 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 Sonst balle ich nicht so auf den DZ drauf. Da hab ich dich ja ganz schön ausgebatet. Aber ich hab eigentlich damit gerechnet, der erste Schuss hat nicht ordentlich getroffen, sonst wärst du Don gewesen. Ja. Ja. Letzte Runde. Was ist noch die letzte? Ja, doch schlimm. Höchstwahrscheinlich. Meine Reise. Ja, ich wollte ja auch nicht, deswegen. Ja, voll voll. Voll voll. Voll, voll ... Oh ne ... Das ist eine Negeverscher, eine sehr schöne Waffe muss ich sagen. Oh ne ... Weißt du, zu wem sie noch besser stehen würde? Mir, ja, kannste mir gerne zugwerfen. Ãääh ... Alter ... Das war bei ihr umdrehen. Aaaaaah ... Ich hasse leidende in diesem Spiel. WTF ... Telefon! 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 Ja hallo! Immer noch Telefon! Ah! Wo ist denn da hinten? Das ist die beste Angabe heute! Ist Kasu gerade runtergefallen schon wieder? Hat sich so angehört. Ich bin mal oben auf dem Dach. Hier ist aber niemand beim Traitor. Hallo? Ich hier wer? Hallo? 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 Hier kann man gar nix machen oder was? Was denn? Wo denn? Wer denn? Hier war doch eigentlich dieses krasse Cat Phone. Ja ich weiß nicht. Ich glaube man muss jetzt irgendwie 4 Eingänge oder sowas aktivieren und dann passiert glaube ich irgendwas geiles. Okay. Aber dafür habe ich diese Map auch noch nicht häufig genug gespielt. Ja die ist ein bisschen wie... Killer X Retired. Irgendwas neues. Oh! Eine Bombe. Warum fliegt du einfach runter? Bombe! Wer ist runtergefallen, Chris? Oh, schon wieder mal. Ja, der fliegt einfach höher. Runtergefallen? Nee. Du hast so Deathform geklappt. Stevie, was bei dir passiert? Schau mal her. Ja, irgendjemand hat mich kurz angeschossen. Ich weiß nicht warum. Okay. Ich steh... Oh Gott. Incedary. Für was? Huch! Ich glaube Sascha ist das schon mal. Dreimal in Folge? Das wäre ja zu schön, aber... Warum hat denn hier jemand das Dingskirchen mitgemacht? Das war Chris. Ach Chris. Warum hast du denn die Brücken kaputt? Ich glaube es hat sich bei mir aufgehängt gerade. Das ist nicht so geil. Du stehst auf jeden Fall nur noch rum. Direkt an der Kante. Das ist gefährlich. Da ist ja... Naja, hat sich aufgehängt. Verlockung ist ja schon groß und jetzt trotzdem runter zu schützen, wa? Nee, warte noch. Warte noch. Ich versuche mich zu re-loggen. Wenn irgendwas gerade noch funktionieren würde. Hast du gerade geschossen, Magninja? Nee, nee. Hier sind Schüsse eingeschlagen. Was zum Fick? Ich hab ne Schrohfländer. Ja, aber trotzdem... Stimmt, ja stimmt. Aber trotzdem sind hier gerade Schüsse eingeschlagen. Müssen wir aufpassen. Ja, schon wieder. Ja. Wo denn wer denn? Was denn? Wo seid ihr eigentlich? Wer ist das da ganz hinten? Ah, ich kann es nicht sehen. Katomina ist es da hinten. Und da ist Atromix. Atromix. Und da ist noch jemand. Chris auch noch. Meine Fresse. Haar die Haar dahinten auf den Dächern. Da hinten ist mehr. Katsu ist da hinten? Okay. Ja, ich steh hier hinten. Da ist Atro. Ja. Chris ist gerade runtergefallen. Katsu hat sich gerade versteckt, nachdem ich sie entdeckt habe. Ich hab auf die andere Seite gewechselt. Boah. Sogar gucken. Da ist ein D-Tick runtergefallen. Katsu gibst du noch? Mhm. Ich wurde aber angehettet. Ich dachte gerade so, weil du auf einmal den Satz beendet hattest. Deswegen so abrupt so nix mehr gesagt hast. Ja, ich hab mich erschrocken, wenn mich jemand angeschossen hat. Sooo. Mit einer Sniper. Oh, die Schweine. In TCC jemand hat sich mal angeschossen. Nein. Ja. Oh. Das wird wieder geschossen. Was? Danke. In Hamburg. Ich sag mal tschüss zu Flyke. Ich sag mal tschüss zu Flyke. Stevie, wo ist ein Katsu? Ach, da oben ist Katsu. Da oben ist er. Da war sie. Da war sie, ja. Scheiße. Ja. Komm, Flyke noch rein. Ah nee, Flyke muss ich mal ziehen. Chris, zieh mal schnell Flyke, damit er die Upmodi machen kann. User was moved to your channel. So Flyke, du kannst Upmodi machen. Ja wunderbar. Komm her Sascha. Dann, danke ich fürs Zuschauen. Ich kann leider nicht mal nachschauen, wer gewonnen hat. Von dem Punkt her. Äh Sascha. Sieht gut für mich aus. Ja. Also. Kann man aber doch mal effektiv. An der Stelle, und wie immer in der Videobeschreibung, die Links zu den anderen Kanälen von denen, die hier mitgemacht haben. Hey. Bis zum nächsten Mal und haut rein. Tschüss. Ciao. Ciao.